Moin, moin und hallo, jetzt willkommen zu Fallout London. Viele Jahre haben die Entwicklerinnen und Entwickler daran fieberhaft gearbeitet. Es sollte eigentlich schon rauskommen. Dann kam der Patch für Fallout 4 und das Projekt musste nochmal wieder verschoben werden. Jetzt ist es quasi geshadow-dropped. Es kam auf einmal raus und es war da und Nicola und ich haben fieberhaft versucht, noch ganz schnell das zum Laufen zu bekommen, um noch eine kleine Session einzuschieben, die YouTube-exklusiv ist. Die lief nicht live auf Twitch, einfach weil wir jetzt einen ganz kleinen Zeitslot noch hatten, um reinzugucken. Wir wollten das unbedingt heute noch machen. Ich habe noch gar nicht gezockt. Ich bin jetzt genauso neu drin und alles, was ich sehe, sehe ich zum ersten Mal und ich glaube, es wird fantastisch werden. Ich freue mich sehr. Das Ganze ja von unabhängigen Moddern, also es ist nicht von Bethesda offiziell. Und die haben das komplette Spiel im Prinzip umgebaut. Es spielt in London und viel mehr weiß ich dann auch nicht. Und wir stürzen uns jetzt einfach direkt rein. So, new game. Ähm, egal. Let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, los geht's. Oha, Gänsehaut. Sinds die Dawn of Man, since the Dawn of Man, when tribes beat each other to death, opened up, has been the driving force of mankind. When the great fires of humanity's ambition ravaged the earth, it was not our doing. für die blödige Karte der Menschheit in den Händen hat nur begonnen. Britain war nicht der Hellfire. Und London, ein Monument zu der Menschheit der Anbisie, wurde zurückgebracht in der State der Welt. Die Menschen, die aus den Aschern, machten so aus einem Netzwerk von Untergrundbunkern knownen als Pindar-Sachs. Und so, es war, dass die Embers des Civilisations wiedergibt. Over a century later, through the military might of the Tommys, an aristocratic parliament continues to give orders. But few are still listening. In the Tower Hamlets, the Fisk-Column rises, training drum's beat and uniform's march, all in the name of their dear leader, Eve Varney. Across the Thames, in the pastures of Richmond, a great army gathers strength. Styled on the Camelot, Knights of Days Pass, they're headed once more unto the breach. For there are whispers of angels beneath this hallowed land, a curtain of illusion and intrigue, a puppeteer behind the scene. Only one thing is certain, those who take the road to Westminster will be forever changed. Because in mankind's pursuit of power, there is no place too high, no life too valuable, and no ideal too sacred. Because war, war never changes. Mind the gap. Mind the gap. Stand clear of the door, please. something I don't know about you. U-Bahn-Ansage. aus London, Mind the gap. Vorsicht vor der Bahnsteinkante. Zu Deutsch. Oh, okay, geht los. Ja, also, es spielt in London, wir erfahren zum ersten Mal so wirklich, oder ich, zumindest, weiß ich nicht, wie umfangreich die Hintergrundgeschichte noch in Publikationen geschildert wird, was außerhalb Amerikas passiert. Wir machen mal Mail. Oh, okay. Jetzt können wir uns hier mal einen eigenen Kopf machen. Ah, war das nicht der? Der sah gerade sehr der Hauptfigur ähnlich, wie sie standardmäßig aussieht. So, ne? So sieht der, glaube ich... Der sieht der Hauptfigur aus dem Fallout-Spiel schon sehr ähnlich. Mächtige Nase, mächtige Kinn-Partie. Ich finde, wir können ihn im Grunde genommen fast schon so lassen. Mir geht es jetzt gar nicht darum, allzu viel Zeit in einem Charakter-Editor zu verbringen, der ja auch schon 10 Jahre alt ist oder so. Deswegen machen wir es mal schnell. Wir können jetzt hier noch Tattoos und so weiter und Markings machen. Damage. Ja, da können wir irgendwelche Narben brauchen wir aber nicht. Face-Tattoos brauchen wir auch nicht. Dann können wir noch mal den Körper angucken. Oh, der ist sehr muskulös. Ich bin ja eher dafür, dass wir so ein bisschen durchschnittlicher sind. Wir müssen ja kein Superheld sein. Und ansonsten finde ich, legen wir jetzt direkt mal los. Ich konfirme den Charakter. So, jetzt können wir unsere Punkte vergeben. 21 an der Zahl. Ja, also, ich finde ja immer Charisma ganz gut, weil es einem Gesprächsoptionen bietet, die man sonst nicht hat. Und während man so Sachen wie, also so Strength, wenn es halt darum geht, wie viel man schleppen kann, das ist zwar auch sehr geil, aber es ist ein Stück weit auch ein Quality of Life Perk, weil man ja im Zweifel auch keine Ahnung, Schnellreise machen kann, Sachen ablegen kann und zurückgehen kann oder sowas. Deswegen ist mir Strength nicht so wichtig und es ist vor allem auch eher so für Nahkampf-Bilds, die sehr viel Spaß machen können, weil die total mächtig sein können. Ähm, was sagen wir noch? Perception, ähm, ist super wichtig für Vets und also ich hab die meiste Zeit Fallout 4 auf der Konsole gespielt und da ist Vets natürlich super wichtig, weil man das vor dem Patch nicht als Shooter spielen konnte, weil es einfach zu wenig Frames hatte, das konnte man einfach nicht spielen als Shooter. Und daher war Vets unverzichtbar. Das ist aber auf dem PC nicht so wichtig, weil obwohl der Patch hier rückgängig gemacht wurde, ne, also der Next-Gen-Patch, der auch für PC kam, der wurde mit dieser Mod rückgängig gemacht, weil die eben auf den alten Stand programmiert wurde und denen wurde das nicht mitgeteilt, die wurden nicht in den Entwicklungsprozess mit einbezogen, die Modder. Deswegen muss der Patch rückgängig gemacht werden, aber ich denke, es wird trotzdem gut als Shooter spielbar sein, deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel in Vets packen, weil ich dann eher ohne Vets spiele. Endurance ist auch für Vets insofern relevant, weil es die Action-Punkte eben auch betrifft. Intelligence finde ich immer ganz gut, weil das die Anzahl der Erfahrungspunkte, die man erhält, auch beeinflusst. Das heißt, man levelt schneller, wenn man viel Intelligenz hat. Agility beeinflusst die Action-Points in Vets, ja genau, auch super wichtig und Luck unter anderem die Critical Hits, aber auch, was man so in der Welt findet, müsste eigentlich auch durch Luck ein Stück weit beeinflusst werden. So, jetzt haben wir einen relativ ausgeglichenen Bild mit Fokus auf Charisma und ein bisschen Intelligenz und ich finde, das können wir mal so akzeptieren. Ach ja, wir müssen noch einen Charaktername eingeben, natürlich. Das ist Uli von Bödefeld. Oh ne, nicht er. Enter. Let's go. So, oh geil. Jetzt können wir noch Perks machen. Das erinnert doch schon sehr an Fallout 3. Das ist eine andere, also die Fallout 4 Mechanik ist ja eine andere. Da gibt es halt so eine große Übersichtskarte, sehr bunt und hier ist es eher so, meine ich jetzt Fallout 3 mäßig oder New Vegas. So, mal gucken. Your figure allows for greater motion. You gain temperature movement speed. You lose minus one to special when not under the influence of camps. Mh, nö. Claustrophobic. With a fear of enclosed spaces, you feel right at home in the open. You gain plus one to special when outside, but subtle when indoors. Nö. You are certainly not blind when you're getting close. You gain plus one perception when wearing glasses. Oh, das ist eigentlich ganz cool, weil man, wenn man eine Brille findet, die hat oftmals sowieso, also ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, aber bei Fallout 4 hat die einen Bonus auf zum Beispiel Charisma, so eine Brille. Und wenn die dann noch, also man, die belästigt einen ja nicht weiter. ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Power Armor trägt oder so, müsste eigentlich auch gehen. Und dann würde man dauerhaft Perception haben. Finde ich gut. You have more innate abilities than most, but struggle to improve them. You gain plus one to each special, but suffer minus 15% from experience gained. Ja, da ist halt die Frage, warte mal. You gain plus one to each special, but suffer minus 15% from experience gained. Da ist halt die Frage, wenn ich jetzt der eine Punkt auf Intelligence, den ich dann bekäme, der wäre ja vermutlich schon einberechnet in diese 15%. Das heißt, wenn wir Intelligenz weiter leveln, dann würden wir das ein bisschen kontern können. Das finde ich irgendwie relativ interessant. Heavy-handed, you swing harder, but rarely exert yourself. Das ist für Melee, das ist nicht mein Ding. Horda, das ist natürlich sehr geil. But movement speed drops to zero when over encumbered. Ja, finde ich interessant. Kamikaze, you regenerate action points 50% faster, but your reckless nature causes you to take plus 20% more weapon damage. Night Owl. Nums, also das sind Sachen, die immer nur nachts, also das mag ich nicht so, wenn sie sich Tag und Nacht unterscheiden, dann muss man zu sehr Fokus darauf legen, und in der Nacht unterwegs zu sein und so, das mag ich nicht. Namsgall, to put it kindly, you are on the sharpest knife in the drawer again, plus one strength, endurance and luck, but your intentions may never exceed three. Nee, natürlich nicht. Puritan, your body is a temple, plus one strength and endurance is reversed if the player drinks alcohol or uses cams, excluding Stimpex, Red X and Red Away. Wahrscheinlich nur, solange die Wirkung anhält. Finde ich ganz interessant. Sleepwalker, ist it a gift or curse? Okay, das ist ja lustig. Okay, das klingt interessant. Also Sleepwalker ist natürlich so ein Chaos-Perk, der mit Sicherheit für Spaß sorgen kann, aber der vielleicht auch irgendwann richtig nervig ist. Ich mach das jetzt aber einfach mal, weil ich glaube, dass ich euch das zeigen will, wie das, was dabei herauskommt. Das find ich irgendwie ganz interessant. Und ich glaube fast, entweder wir nehmen das hier, weil das sind im Zweifel sieben Level, die wir jetzt dazu bekommen, abzüglich vielleicht Intelligenz. Wie gesagt, weil wenn diese minus 15% bei Intelligenz dann schon für die Experience Games schon mit einbrechend sind, weiß ich nicht, ob man den Punkt dann mitrechnen muss, aber sechs Level kriegt man dazu, quasi geschenkt und dafür, das ist schon nicht so schlecht. Es gibt natürlich irgendwann so einen Break-Even-Point wahrscheinlich. Aber ich fand auch das hier super. Horror ist echt gut. Deswegen machen wir mal Horror und gehen damit. So, ich bin hier in meiner Suppe. Ist das der Overseer? Oder oben steht da. Okay. Okay, ich wäre soweit. Haha, boing. Oh, okay, mein Tank. Alles klar. Wasser läuft ab. Hilfe, Hilfe. Oh, jetzt habe ich gerade... Nein! Jetzt habe ich gerade nach links geguckt, weil ich mich einmal umschauen wollte und da beginnt die Ladesequenz. Jetzt habe ich nicht mehr gesehen, was das für Eindringlinge waren. Ob das einfach... Waren das Raider? Waren das Helden, die mich retten wollen? Wahrscheinlich passieren da ja grässliche Dinge. Also das wird jetzt nicht dieselbe Organisation sein, die jetzt diese ganzen Bunker gebaut hat in der amerikanischen Welt. Vault-Tec. Sondern das muss ja irgendwas anderes sein. Vault-Tec ist wahrscheinlich nur... In den USA, oder? So, kann ich jetzt raus? Ne. Boah, von hier unten gegen eine Scheibe schlagen ist auch sehr gefährlich. Okay, alright. Also wir leben... Sind wir nackig? Vermutlich. Was hat der denn alles? Die Frage ist, ob wir das überhaupt erstmal anziehen sollen, damit wir überhaupt irgendwas anhaben. Ich weiß gar nicht, wie... Was das Kürzel ist. Ich nehme einfach mal alles mit. Wir haben ja noch kein Pip-Boy oder so. Gucken wir uns mal in Ruhe um. Okay, hier liegen noch Leichensäcke. Offensichtlich haben nicht alle Experimente geklappt. Ich nehme einfach mal alles mit hier. Wann ich gerne aufnahmen? Äh! Finger und Ohren! Was ist das? Bone Cutter und das ist einfach irgendein Ghoul-Gesicht. Äh! Der lebt noch! Shit! Der lebt noch! Kann ich das hauen? Ne. Gibt's nur Deko. So, der wurde auch hinüber. Ich klaue einfach mal alles. Vielleicht kann ich die verkaufen oder was. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt erstmal... Am Anfang nimmt man alles mit, ne. Später natürlich nicht mehr. Manchmal liegen ja direkt zu Beginn interessante Magazine oder irgendwas, mit dem man noch leveln kann oder so. Deswegen immer gut umschauen. Hier kann überall was liegen und am Tisch oder... Oder so ein Magazin, irgendwas. Pistole wahrscheinlich eher nicht hier. Da geht's runter. Na gut. Was haben wir hier? Ein Hammer. Fallkabinett ist nichts drin. Paintbrush? Ne, das wollen wir nicht. Nehmen wir ja alles hier mit. Okay, hier wird geballert. Ist richtig viel kaputt gegangen. Wir kennen das ja alles nicht. Wir sind ja aus unserer In-Vitro-Kammer quasi geholt worden. Wahrscheinlich haben wir gar kein richtiges Bewusstsein, ne. Wenn wir da gezüchtet worden. Oder gab's... Autsch. Gab's uns vorher schon. Da darf ich nicht lang. Was ich mich hier gerade frage ist... Ach, so sehen wir aus. Okay, wir haben auf jeden Fall was an. Wir sind nicht nackig. Was ist denn die Taste, mit der ich in mein Inventory komme? Oder komme ich erst später? Vielleicht muss ich erst mal ein Pip-Boy finden. Was haben wir hier Feines? Keine Feine, weit und breit ist es gut. Milk. Semi. Skimmed Milk. T-Tin. Nichts von Interesse, glaube ich. Oh, ist das ein seltsames Zeichen. Zirkel und Lineal, oder was? Oder Winkel. So ein Zirkel und ein Winkel. Oh, guck mal hier. T-Shirt. Das ist natürlich ein bisschen Werbung für GOG, wo das released wurde. Ah, das ist ja süß. Team Fallen. Thank you for playing our mod. Thank you to our Patreon and Ko-Fi Supporters. Oh, das ist ja schön. Da werden dann die Namen derjenigen, die das supported haben, aufgeführt. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ultimate Fan, John Smith. VIP. Haben die sich verdient, dass man mal drauf guckt, oder? Auch wenn es jetzt schnell ist, aber ihr könnt ja pausieren. Riesig. Ko-Fi. Ja, das sind die Leute, die das gemacht haben. Vielen Dank. Das Ganze natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Die haben da so viel Zeit ihres Lebens investiert. Viele Jahre dran entwickelt. So, was wollte ich? Ich wollte hier raus. War doch eigentlich mein Plan. Äh, gibt es hier noch irgendwas anderes? Was ich kaputt machen kann, drücken kann? Was ist das? Ich komme hier gar nicht weiter an der Stelle. Muss ich dann doch über dieses Feuer rüber, da? Oder habe ich irgendwas übersehen? Autsch, also hier komme ich... Warte mal, da ist... Achso. Ne, hier werde ich sterben, oder? Da komme ich nicht durch. Das ist schon so gedacht, dass ich da nicht durchkomme. Das war sehr dumm, jetzt habe ich mich da mehrfach reingerannt. Ich glaube, da muss doch noch irgendwas sein. Irgendwas übersehen. Was habe ich denn übersehen? Irgendeine Tür, irgendwas. Habe ich nicht gesehen. Ich würde so gerne jetzt ein bisschen Medizin essen. Ich nehme mal nicht an, dass ich mich da durch die Lüftung schächte. War hier noch irgendeine Option? Extinguish Fire oder sowas? Keine Holotape? Ne. Ansonsten. Kurz kurz... Oh, jetzt hänge ich hier fest. Es wird übrigens noch Bugs geben. Jede Menge. Also es kann auch sein, dass es hier mal... Ah, kein Knopf. Dass es nochmal abstürzt oder so. Das ist dann leider so. Mit diesen Maschinen kann man nichts machen. Sugar. Guck mal, da ist eine Zeitung. Das finde ich immer sehr interessant. Peace in our time. Ja, das ist ja auch so ein Slogan. War das nicht? Chamberlain, der... das verkündete. Was natürlich nicht Bestand hatte. Ich guck mal ganz kurz in den Optionen. Inwiefern ich hier... Wie ich hier meine... Da Pipo ist eigentlich Tab. Genau, das haben wir nämlich noch nicht. Okay. Haben wir noch nicht. Wir müssen hier häufiger... Weil es halt eine Mod ist, die abstürzen kann... Müssen wir häufiger mal F5 drücken. Sonst... Kann das sein, dass wir das bereuen, wenn es mal abstürzt. Also hier komme ich nicht rüber. Ich nehme sofort Schaden, sobald ich ein bisschen näher an das Feuer rangehe. Ganz offensichtlich wollen die das nicht, dass ich hier rüber renne. Da hinten geht es ja noch weiter. Da ist der Ausgang. Ich muss auf irgendeine andere Art und Weise da rauskommen. Also entweder ich prügele mich da durch den Lüftungs... Ah, alles klar. Hier ist original noch im Dunkeln verborgen gewesen, die Tür. Die habe ich nicht gesehen. Ja, das macht es deutlich einfacher. Das war jetzt auch ein Stück weit logisch, ne? Weil da gegenüber ist halt die andere Tür. Aber die habe ich original in der Dunkelheit nicht richtig wahrgenommen. So, es gibt hier super viele Käfige. Mit toten Ratten. Die sind natürlich immer gerne hergenommen. Wenn man... Oh, was... Die dünstet irgendwas Schwarzes aus. Giggert. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier gibt es noch ein Terminal. Okay, jetzt lernen wir hier mal ein bisschen was. Kann man noch näher ran? Okay. Lesen wir uns mal das Tagebuch durch. The Troopers have secured a badge of the Red Shrews for testing. Das werden diese Ratten sein. Nämlich mal... Also Rat, nicht im Sinne von Ratte, aber im Sinne von Radioaktiv. Von Truce. Ich weiß nicht genau, was Truce heißt. Anderes Wort für Ratte vielleicht. I would have preferred working with the Red Rats. Ah, Red Rats, genau. But it seems they were chased off by their counterparts. Ah, okay. Also so eine Art Weiterentwicklung der Ratte. Judging by the size of the Red Shrews in London Bridge Station, I don't entirely blame them. Zweiter Eintrag. Testing on the captured Red Shrews is going well. Multiple have died, but the remaining ones are stronger than ever. I am especially proud of the one we affectionately refer to as Big Dave. I am now going to move us on to the next stage of development, which will introduce more vitamins into their diet. We will also simultaneously reduce their feed to see how they cope. I predict a lot of them will die, so we better get the Nets ready to capture some more und drei. Smythe should be content with the results. Progress has been made and exciting new things have been discovered. Not only did the Red Shrews surpass expectations, but some of the results correlated with our prized subjects next door. Utterly fabulous to see it is all coming together. With any luck, Smythe will visit the laboratory soon and see our progress. Okay, Smythe muss ja eine große Nummer sein. The Red Shrews. A small carnivorous, also fleischfressendes Säugetier, The Red Shrews seem to have mutated from its much smaller counterpart, the common shrew. Unlike the common shrew, which was an insectivorous, also Insekten gefressen, its evolution along the food chain now permits it to hunt much larger prey. Also sie können jetzt auch größere Beute erlegen. The Red Shrew has tiny eyes and a large nose, given it a keen sense of smell. Red Shrews snuffle through the undergrowth for their prey and can be found in most habitats. But preferred dirt flooring, woodland and grassland. Active by day and night. They are very territorial and aggressive for their size and can sometimes be heard fighting. Their high pitched squeaky, particularly noticeable during the summer. Squeaks, nicht squeaky. Squeaks. Reset Door Mechanism. Ja, dankeschön. Unlocking. Ach, das war eine dumme Idee. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Ähm, möchte ich die Tür wieder... Haha, selbstverständlich habe ich das nicht gewollt. Da kann ich mich jetzt auch nicht mehr weiter in dem Raum umsehen. Ich hoffe mal, da ist nichts mehr. Das war sehr dumm. Was? Pick up the device? Welches denn? Das? Nein. Oh, Wonder... Wonder Glue ist immer ein gutes Crafting-Item. Ich weiß aber nicht, inwiefern man hier richtig craften wird. Warte mal, lass mich erstmal hier das... Erstmal das. Device. You can't take that while in combat. Och, ich bin doch gar nicht mehr in... Och, hör auf. Ernsthaft? Ich kann doch da jetzt nicht reingehen. Ich bin doch nicht mehr in combat. Come on. Jetzt geht's. Das ist mein Pip-Boy? Oder was ist das? Sieht aus wie ein Kassettenrekorder. Ist es auch. Den sind wir schon aus beidem. Ja. Guck mal. Da sind wir jetzt. Sehr schön. Inventory Weapons haben wir nichts. Warum? Das habe ich natürlich jetzt alles mitgenommen. Kann man direkt mal gucken, ob die in irgendeiner Form besser sind. Und die Damage Resistance 1. Ne, da ist... Nehme ich natürlich lieber das mit. Die Goggles. Guck mal, das wäre jetzt so ein Ding. Ich habe ja den Perk jetzt nicht genommen. Aber normalerweise, wenn ich jetzt diese Goggles genommen hätte, hätte ich dann einen Bonus, glaube ich, auf Perception gehabt mit diesem Perk. Was haben wir da noch? Sugar können wir essen. Kriegen wir auch ein bisschen Red Slider. Oh, Excalibur. Gibt mir temporär einen fetten Bonus auf alle Attribute. Und... Ja. Snack. Bobby Pins. Warum kann ich den denn nicht als Waffe nehmen? Den hatte ich eigentlich dafür vorgesehen. Aber okay, es wird nicht funktionieren. Offensichtlich. Was gibt es noch? Broken Angel. Escape the Facility. Das ist die Quest. Haben wir noch nix. Das ist die Map. Es gibt sicherlich auch ein Radio. Die Frage ist, inwiefern kann ich die anmachen? Weil... sonst gibt es ein Claim. Das ist die britische Broadcast-Ministrie. Ich bin Bradley Fordworth. Ihr Host und Guide durch den wunderschönen Welt der klassischen Musik. Willkommen zum Programm. Lass uns beginnen. Hallo? Oh. Na? So, jetzt habe ich das gecheckt. Okay, ich dachte gerade, er ist abgestürzt. Ich hätte einfach nur das Ding nehmen müssen. Das sah so aus, als wenn er es einfach runtergenommen hätte und dabei abgestürzt wäre. Aber nein. Ich bin einfach zu... sehr in Erwartungshaltung eines Absturzes. Also, ich mache mal direkt das Radio aus, weil ich keinen Bock habe auf Claims. Es wird wahrscheinlich lizenzfreie klassische Musik gewesen sein, aber wer weiß. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieses brennenden Trümmerhaufens und die Erde bebt. Das lasse ich jetzt mal da. Davon habe ich jetzt genug. Die Türen sind verschlossen. Lebt der noch? Was hat der da? Achso, das ist... Der hat nichts von Interesse. Ah, schade. Die kann nicht geöffnet werden. Warum auch immer. Die haben alle das Gleiche an. Oh. Tain. Hallo? Okay. oh scheiße pick up the torch ok schnell hin torch ich hab ein bisschen angst vor denen ehrlich gesagt ist es unter l oder f huch was ist das aber warte mal so geht die lamp an genau abgedrückt haben so oder geht's raus jetzt weiß ich nicht ob die nach mir suchen ich fühle mich ein bisschen druck gesetzt tatsächlich aber ich will hier einmal natürlich in diesem raum noch schauen was hier noch ist da die war leider leer zu spät gesehen ist der handy fuel used oil can red poison naja ich glaube dass warum erstmal nicht dann lasst uns mal hier ausschleichen bevor die uns jetzt hier noch finden die haben alle nur das gleiche das war ich glaube ich die tür die wir nicht öffnen konnten von der anderen seite da ist offensichtlich jemand drin geht nicht auf ich wollte mich eigentlich vorbeischleichen sagen sagt es ist ja juhu war juhu spielersel abred hat es ist ein doch das ist es ist schade es war so ich wollte Okay, er stirbt jetzt oder was? Also das ist sein Ende, vielleicht finden wir ihn auch noch mal wieder. Also das würde mich wundern, wenn wir den nicht noch mal wiedersehen.